Hey Leute, ich bin's hier wieder, eure Sabrina, und wir stehen hier dann mal wieder bei dem Winterwell in New Hillcrest, dem Walter. Wir haben nämlich durch das Sammeln, haben wir hier Yo-Yitsu-Abzeichen zwei Stück bekommen. Die wollen wir jetzt umtauschen. Und dann schauen wir mal, was wir dafür bekommen. Dafür haben wir eine Hose bekommen. So, schauen wir uns das mal an. Also es ist eine weiße Archäologen-Short. Wie beim Golf legt man bei der Archäologie viel Wert auf ein geschicktes Händchen und schicke Kleidung. Ist ab Level 9, hat 4 Reiten, 5 Springen, 3 Befehl. Wie ihr seht, es ist eine kurze Hose und die passt halt zu den Handschuhen. So, das ist jetzt hier ein relativ kurzes Video, weil ich nicht mehr zum Umtauschen habe, weil ich hier noch viel mehr sammeln muss, weil hier fehlen mir noch Gläser und noch andere Items. Und so, wenn ich die habe, dann zeige ich euch, was es dann gibt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!